Hi, hier ist euer Billy Rubin. Zurück bei Let's Play VarioLand 3. Wir haben das letzte Mal The Peaceful Village voller Zombies gespielt hier. Und jetzt machen wir uns hier an The Lost Plane. Was ist das für ein Kerl? Ah, was will der? Also, was mir aufgefallen ist, ist ja, dass Vario, von dem muss ich echt jetzt mal eine Lanze brechen, weil die Gegner, so viele Gegner wie der schon besiegt hat in seinem... What the fuck? So viele Gegner wie der, so viel wie der schon ausgehalten hat in seinem Leben. Das ist... Und... Er stirbt einfach von nichts. Ich finde, das ist Wahnsinn. Oh, das ist rulig. Scheiße. Ah. Und jetzt? Ass? Ass, Alter. Oh, wie der Mann. Wie komm ich da jetzt? Äh, wo geht's da lang? What the fuck? Äh, egal. wieder hoch also die wankerei ich weiß nicht was die machen aber ich gehe lieber mal ich lasse mal lieber in ruhe jetzt alter nein was geht das ist so ja und jetzt arsch naja vielleicht komme ich doch hin go fuck yourself nein ey verfickte scheiße ich muss doch ein selten blödes sau sein oder naja egal jetzt habe ich auf jeden fall den schatz was ich was es ist und hier ein zerbrochener grüner spiegel vor dem win die kürze uffze epic cutscene schubkallen das war jetzt mal ruhig Desert Ruins, Desert Ruins Okay, los Was war das jetzt? Egal Machen wir Desert Ruins An das Lied kann ich mich noch erinnern Ich hab es geliebt Alter Ich hab keinerlei Plan, wo ich jetzt lang gehe, ehrlich gesagt Die Oh yeah, Destroy Der so treuer Der so treuer So, das kann er ja noch nicht Alter, kann der überhaupt was? Das wird gar nichts zu gebrauchen, ein Fettsack Rein, Alter, rein Fub Fub, Alter Fub Nimm den Schlüssel Yay Der Schlüssel gegessen Der hat den Schlüssel gegessen Und jetzt Look ich old out oder what? Ach, da kann er nicht hoch, der Depp Wo muss ich hin, verdammte Scheiße Kann mir das mal jemand erklären Kann mir das mal jemand erklären Kann mir das mal jemand erklären Alter Ich geh einfach mal Wo geht's da lang? Was? Was? Oh je, fett Oh je, fett Irgendwie Irgendwie Es gibt mehrere Schlüsse Es gibt mehrere Truhen Nicht nur die graue Und dafür gibt's jeweils einen Schlüssel Aber am Anfang kommt man glaube ich nur an die grauen ran Soviel ich weiß Was? Fuck you!! Ah! Was? Nee! Nee! Halt Jetzt? Was ist das hier? Was? Minigame-Clear? Was zur Hölle? Naja, das werde ich schon noch erfahren, was das soll. Alter! Kann der nicht da auf die scheiß Rörer springen? Geht's eh nicht rein. What the fuck? Was? Was? Das zur Hölle, Alter. Ich hab' gar nicht gewusst, dass Warte mit Ultraschall zerteilen geht. Cool, jetzt hab' ich das Rote aufgemacht. Ist bestimmt was Interessantes drin, mit irgendwie so'n Stück Scheiße oder so. Oh yeah, ich hab's doch gewusst, ein Stück Scheiße. So. Ähm. Kacke. Wir müssen die Graue holen. Wo war jetzt der Schlüssel? Oder hab' ich den noch? Nee, den hab' ich nimmer. Alter, grabsch mir nicht am Sack rum. Ich sagte... Ich sagte... Nein! Oh, super, ey. Ah! Du Stück Kacke! Du Stück Kacke! Ich hasse die Dinger! Fuck'em to hell! Ich hab's... Ich hab' ihn nicht mit An. Nein! Ich tenido nie Schaden! Ich f�re's! Ich niego! Vielen Dank.